Herzlich willkommen zur 5 Euro Megashow. Wir wünschen euch viel Spaß! Mua! Wir haben ein Dreierset dieser tollen Pakete, die Sie, und da gucken Sie mal auf den Preis, für 0 Euro einfach mitbestellen können. Einige kleine Bedingungen gibt es, wenn Sie über 50 Euro oder mehr hier in dieser Sendung bestellen. Was natürlich ein leichtes sein sollte bei den tollen Produkten, die wir hier gleich sehen werden. Es ist eine Überraschungsshow. Wir haben keine Ahnung, was kommt, aber wir rufen unseren Weihnachtsengel Diana. Die bringt uns das allererste Produkt gleich rein. Und ich bin schon sehr gespannt. Übrigens, die Bestellnummer für die Geschenkpakete blenden wir am Schluss noch mal ein. Also dann bitte den Stift schon bereit haben. Aber ich glaube, gerade für uns Männer ist das eine enorme Hilfe, weil ich bin ein bisschen talentfrei. Ja, vor allem mit den Schleifen. Wow, jetzt fangen wir natürlich schon richtig schön an. Und zwar, das ist ein traditioneller Holzschwippbogen mit LED-Beleuchtung. Beidseitig anzuschauen und mit einem schönen Rentiermotiv. Sieht doch richtig toll aus. Ja, auf jeden Fall. Passt perfekt in die Jahreszeit. Und für 5 Euro bin ich richtig begeistert. Ich glaube, das ist sogar auch echtes Holz. Fässt sich auf jeden Fall so an. Und das sieht wunderschön aus. Alleine hier der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten. Hier vorne geht vielleicht noch ein kleiner Wichtel mit dabei oder bringt den Weihnachtsmann vielleicht auch zu den Häusern. Und auf der Rückseite sehen wir eben den Wald. Also das finde ich mal äußerst schön. Ich liebe es ja zu dekorieren und hier sogar noch mit Beleuchtung. Und schön ist, man kann es wirklich von beiden Seiten anschauen. Es gibt ja oftmals Beleuchtung oder Dekorationselemente. Die kannst du nur von einer Seite anschauen. Und da gibt es die Rückseite, die man verstecken muss. Das kann man also gut auch auf die Fensterbank stellen. Björn aus Frankfurt hat eine ganz andere Idee. Er schreibt uns, ich habe gleich mehrere der Schmittbögen bestellt und sie für meine Freunde mit Acrylfarben bemalt. Sie sehen toll aus und kamen gut an. Wenn Sie was Ähnliches vorhaben, bis zu 5 Mal dürfen Sie ja bei jedem Produkt zugreifen. Es sei denn, wir sagen was anderes. Ingo, gefällt dir sowas auch? Ich habe sowas tatsächlich mal in der Schule im Werkunterricht versucht hinzukriegen. Irgendwie mit einer Laubsäge unmöglich. Es gibt ja die echten Experten im Erzgebirge. Es ist ein ganz traditioneller Weihnachtsschmuck, so ein Schwippbogen. Aber die kosten, wenn Sie mal auf den Weihnachtsmarkt gucken, natürlich ein Heidengeld. Bei uns hier ist der tatsächlich in der 5-Euro-Show gelandet. Die 5-Euro-Megashow, da kostet alles nur 5 Euro. Und natürlich auch dieser fantastische Schwippbogen. Wir schauen mal bei Pearl.de, was der normalerweise kostet. Ja, da sehen wir 11 Euro bei uns heute nur 5 Euro. Und Sie dürfen ihn gerne bis zu 5 Mal bestellen. Du hast auch schon angefangen, weihnachtlich zu schmücken, hast du mir erzählt, Diana. Ja, natürlich Anfang Dezember für mich ist das immer Zeit zum Schmucken. Und ich glaube, jeder kauft jedes Jahr was Neues. Also das macht Sinn, weil da haben Sie noch mehr Weihnachtsstimmung und Gefühl. Und diese Deko finde ich wirklich sehr, sehr schön für Fensterbank zum Beispiel, auch als Tischdeko. Ich sehe das auch sehr, sehr gut. Und ehrlich zu sein, für echte Holzdeko, das ist wirklich sehr, sehr günstiger Preis. Das Einzige, was wir noch brauchen, sind zwei Doppel-A-Batterien. Aber Melanie aus Berlin schreibt uns auch, das, was du gerade gesagt hast, eignet sich hervorragend als Fensterdeko. Oder in einem Glasschrank. Also auch da sieht das mit Sicherheit gut aus. Echtholz für 5 Euro ein mega, mega Schnäppchen, das kann man sagen. Und wie gesagt, wenn Sie schnell genug sind, weil dieses Angebot gilt natürlich wie immer, nur solange der Vorrat reicht. Wenn Sie schnell genug sind, dürfen Sie sogar bis zu 5 Mal bestellen. Die Bestellnummer für diesen Schwibbogen aus Echtholz ist die NX8190 und die 569. Und sollten Sie noch nicht angefangen haben mit Weihnachtsdekoration, schon langsam, aber sicher wird es Zeit. Es sind nur noch wenige Wochen bis Heiligabend und wir sind ja schon mitten in der Adventszeit. Ja, weihnachtlich hat es angefangen bei uns hier. Den klassischen Weihnachtsschmuck, einen Schwibbogen für 5 Euro. Diese Sendung ist wie gemacht für Dekosachen, für kleine Geschenke mal zwischendurch hier. Da muss man nicht viel Geld ausgeben. Wie gesagt, alles kostet nur 5 Euro. Und das letzte Produkt, es lohnt sich dran zu bleiben, kostet tatsächlich nur 2,50 Euro. Ja, ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ein super Start in unsere Sendung. Ja, komm, bassern wir mal, dann sehen wir es auch. Bassern wir mal und warten auf Diana, was sie wohl als nächstes aus ihrem Geschenkkarton bringt. Also ich bin mir sicher, auch heute in dieser Faststunde ist das ein oder andere Geschenk, die dabei so eine Kleinigkeit, die man mal verschenken kann. Oh, Monika, ein schwarzer Gürtel. Ich glaube, das ist sehr modisch. Das ist kein Karate-Gürtel, keine Angst. Kein schwarzer, kein erster Dahn. Ja. Nein, aber das ist, also ich liebe diese Automatik-Gürtel. Die kann man auch auf die Länge, die man braucht, zurecht schneiden. Also ich denke, das passt auf jeden Umfang. Aber ich sehe gerade, Ingo, da ist noch eine kleine, ein Geheimfach mit integriert. Ja, Moni hat es schon entdeckt und sogar tatsächlich Geld rausgeholt. Ja. Das ist also, ja, eine Geldbörse im Gürtelformat, wo niemand sieht, dass da tatsächlich Geld drin ist oder wichtige Sachen kann man hier sicher unterbringen in diesem modischen Gürtel. Gerade diese Stoffgürtel sind ja sehr schick und angesagt gerade. Und hier, der hat sogar noch das Geheimnis mit diesem Reißverschluss. Oh, das ist das. Reif hat auch was gefunden. Ich hatte noch 15. Ja, ein bisschen mehr gefunden. Ja, jeder hat es verdient. Bei mir waren 100 da drin. Aber das ist natürlich wirklich genial, weil du da Sachen verstecken kannst, wo mit Sicherheit keiner drankommt. Man kennt ja immer die Problematik auch bei Menschenansammlungen wie auf Weihnachtsmärkten oder auch im Urlaub, dass da immer auch Taschendiebe, also die nicht rechtschaffenden Menschen unterwegs sind. Aber ich glaube, in einem Gürtel drin, da kann dir keiner was klauen. Da muss ja erst mal drauf kommen, ne? Da ist auch noch ein Reißverschlussfach drin, vielleicht auch einen Ersatzschlüssel mal da drin unterbringen oder ähnliches. Also da kommt man sich auch so ein bisschen vor wie so ein Geheimagent. Ja, der Markus aus Linz an der Donau hat geschrieben, dieser Gürtel ist einmalig für meine Jeans. Geldsicher verwahrt und keine zusätzlichen Geldbörsen etc. Keine Überlegung mehr, wohin mit dem Bargeld. Werde auch für die ganze Familie solche Tresorgürtel anschaffen? Tresorgürtel, das trifft es wahrscheinlich am besten, ne? Was ich aber jetzt nur allein vom Gürtel für 5 Euro, fände ich den schon super, mit dieser Automatik, wo man nicht die Löcher hat, die ausreißen können, sondern so eine Klemme. Und man kann das wirklich auf jede Länge einstellen. Und das finde ich schön. Und jetzt bin ich nicht so der Mode-Experte, aber schwarz passt eigentlich zu allen, Monika, oder? Ja, auf jeden Fall. Schwarz geht immer. Und ich finde es eben auch toll, dass man das für jede Größe einstellen kann, dank diesem coolen Verschluss. Und Ihre Wertsachen sind jetzt einfach gesichert, gerade jetzt auf den Weihnachtsmärkten und vielleicht auch mal im Urlaub. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, wenn man das einfach ganz nah am Körper trägt. Ja, und ich glaube, ein Gürtel, den zieht ja keiner einfach mal so aus. Nee, ganz bestimmt nicht. Da kommt auch keiner drauf. Es guckt doch keiner auf die Innenseite eines Gürtels, ob da nicht zufällig ein Geheimfach versteckt ist. Ja. Bis zu, also 130 Zentimeter ist der maximal länger. Also das geht also auch für große Menschen hier. Mit der Bestellnummer NX7516 und der 569 dürften Sie den gerne für die ganze Familie kaufen. Gleich mehrere davon kaufen, kann jeder brauchen. Vielleicht gehen Sie auf Reisen gerade. Eine ganz, ganz tolle Anschaffung auch wieder. Ja, auch wieder ein tolles Produkt hier in der 5-Euro-Megashow, wo es nur 5 Euro kostet. Ich finde das immer so spannend, weil man nicht weiß, was als nächstes kommt. Ja, aber wir werden das nächste Geheimnis lüften. Ich hoffe, heute ist mal wieder Spielzeug mit drin in der Megashow. Das ist sehr leicht. Das ist kein Spielzeug, aber gerade auch wieder was, was wir jetzt gerade zu dieser Jahreszeit sehr gut benutzen können. Das ist sogar ein Zweierset. Oh, ein Zweierset. Also gleich für den Partner mit. Ich habe es im Auto. Diana, du auch, oder? Ja. Und zwar zwischen den Sitzen stecken und wenn jetzt mal abends so die Fenster anlaufen von innen. Ja, Sie kennen das Riesenproblem, bis die Lüftung es schafft, die Fenster frei zu machen. Hiermit mit diesem Mikrofasertuch kann man das ganz einfach schaffen. Man kommt wirklich überall hin, ohne sich zu verrenken. Und wenn man da mal die Fenster mal wieder richtig putzen will, also gerade Windschutzscheibe, dann ist das auch genial. Ein kleines Sprühdöschen, das hat Diana gerade in der Hand, ist ebenfalls dabei. Das füllen Sie mit dem Reinigungsmittel Ihres Vertrauens und dann können Sie ganz einfach reinigen, ohne eben sich den Rücken zu verrenken. Weil bei den Windschutzscheiben heutzutage, die sind ja schon sehr groß und wenn du in jeden Winkel kommen willst, das ist schon nicht ganz einfach normal mit der Länge deiner Hände. Aber hier haben wir, ja, ich würde sagen knapp 40 Zentimeter Verlängerung, oder? Ja, 39 und 30 Milliliter Reinigungsflüssigkeit passen in diese Punktstuhlflasche. Oh, das ist natürlich auch praktisch. Ich finde das gerade so, wo das Fenster ans Armaturenbrett geht, da kommt man mit den Fingern nicht ran, klemmt sich und dann ist es da immer noch dreckig. Jetzt im Winter natürlich beschlagen die Scheiben sehr schnell. Da kann man damit wirklich schnell Abhilfe schaffen, auch mal so zwischendurch einfach mal hier damit das sauber machen. Da gibt es auch keine Streifen. Sie kriegen übrigens diese Pads hier, davon kriegen Sie zwei Stück. Die lassen sich dann auch ganz einfach reinigen. Du hast auch so einen bei dir im Auto, ne? Ja, im Auto und ich finde das auch eine super Idee, zum Beispiel für Duschkabine oder für Spiegel auch zu Hause. Und ich muss sagen, auch diesen kleinen Beutchen, das liegt immer noch in meinem Auto. Ich nutze, du brauchst diese kleine Flasche. Die Pumpflaschen, ja. Ja, sehr, sehr praktisch und natürlich nimmt keinen Platz und dann jetzt im Winter, ich glaube, das ist auch ein Masthelfen. Und wir müssen noch mal betonen, es ist ein Zweiersetz dieser Windschutzscheibenwunder. So heißen die und nicht ohne Grund, weil wer es mal probiert hat, weiß, es ist ein unglaubliches Helferlein im Auto. Machen Sie es irgendwo Seite rein, sodass Sie es griffbereit haben und jetzt gerade im Winter ganz wertvoll, wenn eben die Scheiben angeschlagen, beschlagen sind, aber auch, wenn Sie mal den Großputz machen und die Windschutzscheibe eben reinigen möchten. Also ich finde es toll, ich bin Fan davon und ich habe mehr bezahlt, das muss ich jetzt auch noch mal sagen, ärgere ich mich wieder ein bisschen. Ja, zwei Stück für fünf Euro. Sie können das bis zu fünfmal bestellen. Auch vielleicht ein tolles Geschenk für die Leute, die Ihnen das ganze Jahr immer helfen. Paketboten, Postboten, die arbeiten das ganze Jahr über. Hier ist mal ein sehr schöner Weg, mal kurz Danke zu sagen. Das vergisst man ja oft, gerade diese Leute, die das ganze Jahr für einen arbeiten, hier bei Wind und Wetter. Hier kann man denen mal eine kleine Freude machen, hier mit so einem schönen Windschutzscheibenwetter. Wie gesagt, wir haben das wirklich fast alle hier im Auto, weil es so praktisch und einfach ist. Ja, und Sie bekommen heute das Zweierset für nur fünf Euro. Also nutzen Sie auf jeden Fall die Gelegenheit aus. Die Bestellnummer ist die NX 9821 und die 569 und damit geht das dann wirklich auch super einfach. Und Sie haben wieder die freie Sicht nach draußen. Das ist auch natürlich immer ein Sicherheitsfaktor. Man sollte schon gut durch seine Windschutzscheibe schauen können. Und ich glaube, einfacher geht es wirklich nicht. Hier auch noch mit der Pumpsprühflasche mit dabei. Also cleverer geht es natürlich auch nicht. Und das macht einfach Spaß. Sie müssen sich nicht mehr so dolle verrenken. Und das kann man ja auch immer mal im Auto liegen haben. Vielleicht eins im Auto lassen und eins zu Hause. Und guck mal, sogar das Armaturenbrett kann man damit reinigen. Also mit dem Reinigungsmittel Ihres Vertrauens. Also auch das ein unglaubliches Helferlein zum, ja, unglaublichen Preis. Magst du wieder was? 5 Euro bis zu 5 Mal das Zweier-Set. Also jetzt waren wir im Auto. Jetzt könnten wir mal in die Küche gehen oder Spielzeug. Werkzeug hatten wir auch noch nicht. Das zieht wieder keine Miene. Sie haben ja ein großes Produkt-Potpourri bei uns. Das ist eine Lupe, meine ich, oder? Das ist eine Vergrößerung fürs Handy. Aha, also. Da kannst du dein Handy einspannen. Wir sehen hier eine Lupe, dreifach Vergrößerung für Smartphone oder iPhone. Also hier haben wir das zum Einspannen. Und jetzt mache ich mir einfach mal den Zettel hier rein. Ich glaube, das müsste hier auch gehen. Ja, in Kopfhöhe. Wow, ist das plötzlich groß? Das ist der Wahnsinn. Also ich denke jetzt gar nicht im ersten Moment an das Smartphone. Das ist natürlich schön, wenn du da Filme anschaust oder Bilder. Mein erster Gedanke war jetzt Beipackzettel von Medikamenten. Die kann ich selbst mit Brille nicht lesen. Wenn Sie dieses Problem kennen, hier mit dieser Vergrößerungslupe, geht das mit Sicherheit einfach. Aber, Monika, ihr schaut ja viele Videos auf dem Handy, die plötzlich in dreifacher Größe zu sehen, ist, glaube ich, auch erstrebenswert, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist immer praktisch. Also ich bin ganz begeistert hiervon, weil das Handy-Display eben nur eine begrenzte Größe hat. Meistens auch viel zu klein ist. Und jetzt kann man einfach mal alles größer erkennen. Das ist auch perfekt, wenn man vielleicht jetzt noch Plätzchen backen will oder generell kochen mit Rezepten, sieht man das größer. Also ich glaube, man kann das für viele Sachen anwenden, auch so Beipackzettel und so einfach mal vorhalten. Die sind ja auch immer so klein geschrieben. Oder auch Bedienungsanleitungen. Oh ja. Haben Sie vielleicht auch mal gesehen, wie klein die geschrieben sind. Arno schreibt aus Henningsdorf, gerade wenn es mit den Augen schlechter wird, ist das Teil super. Auch zum gemeinsamen Betrachten, zum Beispiel von Videos, kann ich es nur empfehlen. Und die Wilma aus Panketal schreibt uns, bisher bin ich mit all den Dingen, die ich bei Pearl gekauft habe, sehr zufrieden. Über die Vergrößerungslupe freue ich mich sehr. Sie hilft mir sehr. Ja, danke, schreibt sie. Ich sage danke für diesen Beitrag. Aber ich glaube, gerade wenn man mal so ein bisschen Probleme mit den Augen hat, die ja zugegebenermaßen im Alter immer schlechter werden, dann hilft so eine Lupe ungemein auch beim Lesen, nicht nur beim Handhaben mit dem Smartphone. Ja, ich liebe es ja, morgens beim Aufstehen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, die Nachrichten zu schauen, oft bei mir auf dem Handy. Und hier kann man das richtig rein spannen und hat da einen richtig großen Bildschirm. Bei kleinen Handys kann man ja wirklich so schlecht alles sehen. Hiermit vergrößert man die Handyoberfläche, also den Handybildschirm, also wirklich ums Dreifache. Ganz fantastisch. Ja, die Bestellnummer für diese Lupe ist die HZ 2803 und die 569. Auch das ist mal eine tolle Geschenkidee, Sie wissen selber, wer bei Ihnen im Personenkreis, im direkten Umfeld ein bisschen Probleme mit den Augen hat. Wie gesagt, ich sagte ja immer, die Augen sind noch gut, nur die Arme sind zu kurz. Ich glaube, das kennen viele. Und dann ist das auch eine Kleinigkeit, die eine Freude macht und meiner Meinung nach auch das Leben erleichtert, wenn man wieder alles deutlicher erkennen kann. Also, wir sind wieder vielschichtig unterwegs und ich würde sagen, wir holen gleich das nächste Produkt rein. Ich bin wieder richtig neugierig heute. Ich liebe diese Sendung so in Weihnachtsspirits zu machen. Wir alle mit den Weihnachtsmützen auf dem Kopf. Es macht richtig Spaß. Es ist für uns auch ein Highlight, diese Sendung natürlich immer wieder. Das macht auch Spaß. Ich kenne das Produkt zufällig, aber für 5 Euro ist es wahnsinnig. Es ist ein Brillen-Etvie für 5 Euro. Könnte man meinen, das wäre schon ein super Preis aus Kunstleder. Aber da ist eine Dreifachbrille drin. Werden Sie sagen, was ist eine Dreifachbrille? Das möchte ich Ihnen hier ganz einfach mal zeigen, ohne sie aufzusetzen. Wir haben hier, Monika setzt auf, oh, sie sieht aus wie so ein kleiner Geheimagent als Sonnenbrille. Ein Weihnachtsgeheimagent. Ein kleiner Geheimagent als Sonnenbrille. Aber achten Sie mal drauf, ich habe jetzt das Grundmodell in der Hand und das ist eine Blaulichtfilterbrille. So sieht sie aus. Und die Sonnenbrille wird ganz einfach magnetisch bei Bedarf draufgesetzt. Und die dritte Option ist eine Nachtsichthilfe. Und das kann ganz wichtig sein beim Autofahren. Gerade jetzt. Ich glaube, viele Ältere haben das Problem, dass sie sagen, ich fahre nachts nicht mehr, ich sehe nicht mehr gut, weil ich werde zu arg geblendet. Ich werde unsicher. Und das, dann probieren Sie einfach mal diese Brille, weil die entschärft das Ganze. Die macht, schafft wieder klare Konturen. Und das Entspiegeln ist auch ganz wichtig. Und deshalb muss ich sagen, Dreifachbrille, 5 Euro, inklusive Edwi, der Wahnsinn. Ja, man darf wirklich, jede dieser Brillenfunktionen ist wirklich sehr wichtig. Gerade wir verbringen so viel Bildschirmzeit. Und das zählt das Handy auch mit dazu. Das ist dieses Blaulicht, was eben hier bei uns die Erzeugung von Melatonin, das ist ein ganz wichtiges Schlafhormon, einschränkt. Es soll nicht gut für die Netzhaut sein. All diese Sachen, die Blaulichtfilterbrille, also die ganz ohne Aufsatzschaffter, Abhilfe, die Sonnenbrille ist extrem cool. Und natürlich auch noch hat die einen UV-Schutz dabei und nachts unterwegs, Sie kennen das selber, wenn man nur noch Sterne sieht, wenn man da nachts fährt und nicht mehr alles erkennen kann, ist die auch noch klasse. Ich finde die Optik total klasse. Und die Brille ist unisex. Natürlich sehe ich niemals so gut aus wie Monika, aber ich kann sie auch tragen. Das werden Sie mir zugestehen. Und Monika, kommst du mal ein bisschen näher? Komm, wir machen jetzt mal einen Partner-Look hier. Kriegt das die Kamera hin? Ein Screenshot, bitte. Ach, du hast gar keine Sonne. Komm, setz mal die Sonnenbrille auf. Sonnenbrille? Ja. So, jetzt. Mensch, sind wir cool. Ja, ihr seht. Aber auch im Winter gibt es ja viel Sonne und die kann ganz schön blenden, vor allem wenn Schnee liegt. Sie haben das vielleicht auch schon bemerkt, dann ist allein die Sonnenbrille schon Geld wert. Wir werfen einen Blick auf Pearl.de, was diese Dreifachbrille regulär kostet. Hier sind wir bei 12 Euro, bei uns heute nur 5 Euro. Ihr seht aus wie so The Rich and Famous, möchte ich mal sagen. Also eine 3 in 1 Bildschirmbrille mit magnetischem Sonnen- und Nachtsichtaufsatz hier. Ganz fantastisch. Sie können sie 5 Mal bestellen. Ein ganz tolles Geschenk nochmal hier. und hilft Ihnen vielleicht auch näher an die 50 Euro zu kommen, damit Sie auch noch die Zusatzartikel, den wir heute in der Sendung haben, das Dreier-Set von unseren Geschenkboxen dazu bestellen können. Was ich gerade erschreckend finde, ist, man sieht immer mehr Werbung für Medikamente mit Melatonin als Einschlafhilfe. Man kann auf Medikamente verzichten, wenn man die eigene Melatonin-Bildung nicht unterdrückt. Probieren Sie es einfach mal mit nur dieser Bildschirmbrille. Wenn Sie viel am Rechner arbeiten, viel am Handy, viel am Tablet, viel eben vor dem PC sind oder viel vor dem Fernseher. Und Sie werden merken, Melatonin wird wieder selber gebildet und man hat dann unter Umständen wirklich ein besserer Schlaf, ohne Medikamente oder Zusatzmittel zu nehmen. NX 83 67 569 ist die Bestellnummer. Das war mal so eine Nachtsituation. Es gibt ja viele Leute, die sehen da wirklich sehr, sehr schlecht, wenn man so gegenkommende Scheinwerfer hat. Tagsüber diese Sonnenbrille. Ich finde, die ist vor allem auch schick. Weißt du, das ist nicht irgendwas, oh, jetzt muss ich mal ein medizinisches Gerät aufsetzen. Die sieht aus wie eine modische Brille, egal in welcher Funktion. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Wir sind erst in der Mitte unserer Sendung und machen schon weiter mit dem nächsten Produkt. Und denken Sie dran, heute gibt es unsere drei Verpackungsboxen. Ja, ja. Wenn Sie einen Warenwert von 50 Euro erreichen, kostenlos dazu, die Bestellnummer, werden wir am Ende der Sendung noch mal einblenden. Also da können Sie sich drauf freuen. So, was haben wir jetzt? Oh, wir haben Windlicht. Was haben wir? Mit dem Namen Schneekristall. Doppelglas Windlicht. Bezaubernd warme Stimmung für trübe Wintertage gewünscht. Das schafft dieses hochwertige Milchglas Windlicht mit Leichtigkeit. Das sieht doch wirklich mal richtig gut aus. Und gerade jetzt ist es ja wirklich sehr dunkel. Also siehst du das gerade mit dem Durchschimmern, warum das Schneekristall heißt? Wir haben die Doppelverglasung. Innen ist ein Muster. Das ist von außen gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Jetzt, wenn es dunkel wird, sehen wir das. Ja, und jetzt machen Sie einfach ein Teelicht, ob LED oder echt, hinein. Und von außen hat man dann diesen, ich nenne es jetzt mal Schneezauber. Also das sieht außergewöhnlich schön aus. Wenn es hell ist, sieht es einfach nur aus wie Milchglas. Der Effekt kommt erst im Dunkeln, wenn dann die Kerze an ist zur Geltung. Aber das ist mal ein außergewöhnliches Windlicht, würde ich sagen. Ja, es sieht so ein bisschen aus mit dem Kerzenflackern, als ob diese Schneeflocken so ein bisschen tanzen würden oder so. Also ich finde, das sieht sehr beruhigend aus. Aber wir hatten noch heute so schönen Schnee mit diesen riesengroßen Flocken. Da konnte man auch so die Kristallstruktur so ganz genau sehen. Das ist sehr schön nachgemacht hier. Das sieht ja wirklich aus wie so ein Schneeball in genau der richtigen Größe. Gerade diese Lichtsachen sind sehr, sehr populär. Ich weiß gar nicht, gerade jetzt in der... Du denkst, du denkst, ein Schneeball, ein Schneeballschlag. Bitte nicht mit den Windlichtern werfen. Bitte nicht damit werfen. Also... Aber guck dir mal diesen Effekt an. Und da ist es rundherum. Also egal, wo Sie sitzen am Tisch, Sie haben diesen Effekt. Also ich finde es wunderschön. Guck mal hier zwei nebeneinander. Das ist noch schöner. Ja, gerne mehrfach bestellen. Bis zu fünfmal dürfen wir ja zugreifen. Ja, ich nenne Ihnen auch schon mal die Bestellnummer. Das ist die MC 81 96 und die 569. Und dieser Name Schneekristall, ich glaube, der trifft sich wirklich besonders gut. Sieht wunderschön aus. Können Sie vielleicht auf die Fensterbank stellen, auf den Tisch vielleicht dekorieren. Also ich finde immer so indirekte Beleuchtung so gemütlich. Wahnsinn. Ja, und Tee, also so Tee-Dichter, die sind ja sehr beliebt in allen möglichen Alterungen. Aber ich glaube, das ist mal was ganz Außergewöhnliches. Eben mit dieser Doppelverglasung innen dieses Glas, mit den Schneekristallen, außen Milchglas, sodass die Schneekristalle wirklich erst sichtbar werden, wenn das Teelicht in der Mitte brennt. Wie gesagt, das Teelicht ist nicht dabei. Da dürfen Sie selber entscheiden, ob Sie ein selbstbrennendes, also ein mit Docht nehmen, oder ein LED-Teelicht. Das sieht beides mit Sicherheit fantastisch aus. Wir hatten in der Sendung gerade übrigens LED-Teelichter. Nur, falls Sie das interessieren, aber die Effekte sind bei beiden Arten mit Sicherheit genauso schön. Also ganz, ganz tolles Licht. Ganz tolles Licht. Mal auf die Fensterbank, mal aufs Regal stellen. Oh, wir haben unseren Preisalarm. Das ist das Signal für Sie, hier zuzuschlagen. Das ist ein Produkt, was radikalst reduziert wurde, normalerweise viel teurer. Deswegen würden Sie es bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Und ich kenne das, ich kenne das. Ich liebe es. Es ist ein sogenanntes mobiles Mini-LED-Disco-Licht. Batterie betrieben. Ich gebe dir das gerne mal weiter. Und kann überall ganz schnell aufgestellt werden. Man hat sofort dieses Disco-Feeling. Und es ist immer wieder überraschend, wie leistungsstark, wie leuchtstark solche kleinen Effekte sind. LED-Technik braucht nicht viel Batterie. Verschiedene Modi, die wir hier haben. Und schau mal, da kannst du eine ganze Tanzfläche. Oder, wie bei dir, die Kellerbar damit beleuchten. Gerade diese Lichtsachen, die in verschiedenen Lichtern hier blinken, da können Sie wirklich jeden Raum zur Diskothek machen. Oder, wie man heute sagt, zum Club. Das ist ein richtig toller Effekt hier. Je weiter Sie weg sind vom Boden oder von der Wand, desto größer ist dann hier auch der Effekt. Wir haben das hier jetzt mal, ja, ich weiß gar nicht, wo das da ist, wo wir das aufgenommen haben. Auf jeden Fall in der Bar. Guck mal, da steht der Whisky. Aber hier bei uns haben wir es im Studio jetzt mal hier auf den Teppich gestrahlt. Das sieht ja irre aus, oder? Jetzt muss ich einen Kundenbeitrag wortwörtlich vorlesen. Der Wilhelm aus Ludwigshafen schreibt uns, absolut geiles Teil. So viel Disco für so wenig Geld. Hätte nicht gedacht, dass das Teil so hell ist. Super. Ja, aber man sieht es hier, glaube ich, schon. Zwei Leuchtmodi haben wir. Entweder dieses Blinken, was ja gerne auch mal, wenn die Musik läuft, ist. Oder langsamen Farbwechsel, was ja auch mal gemütlich sein kann. Ja, also ich finde sowas schön. Aber jetzt denken wir nur an uns Erwachsene. Ich glaube, Kinder spielen immer noch gern Kinderdisco. Ja, unbedingt. Und da muss ein Leuchteffekt dazu. Ja, auf jeden Fall. Ich war früher auch richtig gerne in der Kinderdisco oder im Urlaub. Gab es auch immer so Kinderveranstaltungen. Ich fand das immer toll. Aber irgendwie war das früher immer so teuer, so eine Blinklampe. Und ich habe immer irgendwie keine gekriegt. Also in meiner Jugend war es unbezahlbar. Und die wurden auch unglaublich heiß. Die hatten sehr viel Strombedarf. Hier haben wir LED-Technik und trotzdem sehr leuchtstark. Du warst früher in der Kinderdisco? Ja. Wie heißt das Lied? Ich war mit meinen Kindern immer. Darab, 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 darab. Wie heißt das Lied? Guli, 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 guli. Aram, sam, sam. Arabi, arabi. Das kennt jeder, kennt jeder, der irgendwann mal in der Kinderdisco war. Ich glaube, das läuft überall. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Unser Redakteur übrigens, der mittlerweile 2,50 Meter gefühlt groß ist, der hat den Text auch gekannt. Der hat gerade mitgesungen. Also den kennt jeder und sie mit Sicherheit auch. Aber so eine Kinderdisco macht halt auch Stimmung. Und wenn dann noch die Beleuchtung stimmt. Oh, ich hatte auch ganz oft meine Freundinnen bei mir, die haben übernachtet. Und ich glaube, das ist auch cool für so Übernachtungsparty. Ja. Pyjama-Party. Oh, ich weiß das noch bei meiner Tochter. Da wurde die halbe Nacht getuschelt. Ja, klar. Ganz leise geflüstert. Ja. Und es hat ja keiner gemerkt, dass sie nicht schlafen. Aber dir auch so. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Disco-Beleuchtung. Ja, ich wurde oft ermahnt. Oh ja, ermahnt. Die Eltern haben sich halb tot gelacht. Jetzt müssen wir auch wieder raus. Nein, die waren alle ganz artig, oder? Ja, wir waren ganz neu. Ich glaube mir, deine Eltern haben das ja damals genauso gemacht. Das ist ja so der Lauf der Dinge. Aber denken Sie bitte daran, es ist unser Preisalarm hier in der 5-Euro-Megashow. Das heißt maximal ein Disco-Licht pro Besteller. Und das bekommen Sie mit der Bestellnummer NC 6916 und die 569. Und wir sehen gerade bei Pearl.de ist es schon sehr günstig mit knapp 10 Euro. Aber für 5 Euro eigentlich unschlagbar. Also wirklich, wenn ich bedenke, in meiner Jugend, wenn wir irgendwelche Disco-Effekte machen wollten, Spiegelkugel bauen und was weiß ich. Das war so aufwendig, zeitaufwendig auch und kostenintensiv. Jetzt bekommt man sowas fix und fertig für 5 Euro. Wir haben das früher mal mit farbigen Glühbirnen gemacht. Hat eine Glühbirne schon mehr gekostet als hier die komplette Anlage. Irre. Sehr cool. Tolles Produkt, würde ich auf alle Fälle mitnehmen. Und hilft Ihnen auch wieder, näher an die 50 Euro zu kommen, damit Sie unsere tolle Dreierpack Geschenkeboxen mit dazu bekommen. Unser Zusatzartikel für 0 Euro. Denken Sie dran. Wenn Ihnen eine Bestellnummer zu schnell ging, können Sie jederzeit natürlich nochmal unter pearl.tv nachgucken. Da haben wir alle Artikel nochmal gelistet der letzten zwei Stunden inklusive dieser tollen 5 Euro Weihnachts-Edition, Nikolaus-Edition, Vorweihnachtszeit-Edition, 5 Euro Megashow. Also jetzt finde ich das hier sehr, sehr praktisch mittlerweile. Also ich kannte das gar nicht, aber von meinem Sohn habe ich gelernt, das sind sogenannte Crossback-Taschen. Crossback. Crossback. Crossbody. Crossbody, ja. Weil mittlerweile auch die jungen Herren mit Handtäschchen rumlaufen, sage ich mal. Aber das muss ja cool aussehen. Und deshalb haben wir das quer über der Brust geschoben und da hat man ganz viel Platz. Ich meine, wir sind noch gewohnt, Sie wahrscheinlich auch, alles, was ich nicht brauche, gebe ich der Frau, die soll es in die Handtasche stecken. Aber mittlerweile sind die Männer selber so, dass sie das mitnehmen. Und dann tragen das jetzt, ich muss jetzt wirklich für euch zwei fragen, tragen das auch Damen als Handtäschchen oder ist das ein Herrenobjekt? Ja, natürlich, das ist sehr, sehr praktisch zum Beispiel. Ich habe das sowas auch in Urlaub getragen, auch wenn du brauchst beide Kinder, zum Beispiel wenn Mutter geht, spazieren mit Kindern, glaube sie hat nicht so viele Hände zur Trasche zu tragen. Ich kann dir zeigen, wie sieht das alles aus. Das ist wirklich sehr praktisch. Guck mal, wir können das auch zum Beispiel kurzer machen. Also einstellen auf deinen Körper und dann wird das direkt vor der Brust oder vor dem Bauch getragen. Das sieht sehr gut aus. Klasse. Elegant, ne? Wir haben hier sogar, und das ist auch sehr interessant, wir haben hier sogar RFID-Schutz und NFC-Blocker. Das bedeutet, sie sind auch sicher vor Datenpiraten, wenn sie Chipkarten dabei haben, wie Kreditkarten, wie EC-Karten, wie Gesundheitskarten. Die Daten sind sicher vor bösen Buben. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, tolle Geschenkidee für junge Leute. Ich weiß nicht, ob wir Älteren uns daran gewöhnen, sowas zu tragen, aber die Jungen tragen das regelmäßig. Und ich glaube, da ist das praktisch. Viele Taschen hier. Guck mal, eins, zwei, drei Stück. Ja, wir haben zwei Außentaschen, ein separates Innenfach, eine geräumige Innentasche und tatsächlich noch ein Vierfach-Kartenfach. Für Karten auch. Und die sind noch geschützt vor Fremdzugriff, also durch diesen RFID-Schutz. Wahrscheinlich, also vom Material her würde ich sagen, ist auch noch regensicher, also regenabbeißend. Sieht toll aus. Sieht toll aus. Sehr gleitsam, oder? Jetzt weiß ich es aber wirklich nicht. Diana, Monika, wisst ihr, was so eine Tasche regulär kostet irgendwo, wenn ich jetzt in den Laden gehe? Ich schätze mal so 30. 30 Euro, ja. 50 oder mehr? Je nach Hersteller. Ja. Wenn noch irgendein Logo drauf ist, dann kostet es gleich 50. Ja, dann 100. Oder 100, ja. Ein paar hundert. Aber für 5 Euro ist das natürlich ein absoluter Hammer. Und Sie dürfen mehrfach zugreifen, also gerne mehrere Personen damit beschenken. Ja, tragen Sie alles Wichtige sicher an Ihrem Körper. Ganz, ganz elegant hier mit dieser super flachen, aber sehr geräumigen Crossbody-Tasche. Das ist ja so, immer mehr englische Worte finden Sie in die deutsche Sprache hier ein. Das ist jetzt eine Crossbody-Tasche. Crossbody, also über den Körper, quer über den Körper. Ja, genau, ja, ist logisch, ne? Aber das ist... Das ist keine Tasche. Du, aber auch hier, wenn du das alles vorne trägst und nicht mehr im Geldbeutel in der Gesäßtasche, hast du ja viel mehr Zugriff drauf, also Schutz von Taschen geben haben wir auch. Wir sehen normalerweise 12 Euro hier und heute, solange der Vorrat reicht, 5 Euro. NX 6072 und die 569 ist die Bestellnummer bei uns nicht 12 Euro wie bei Pearl.de oder im Katalog, sondern nur 5 Euro. Das ist natürlich Ihr Vorteil hier als Pearl-TV-Zuschauer. Natürlich sind wir immer etwas preisgünstiger als Pearl.de oder im Katalog, aber bei der 5-Euro-Megashow können Sie noch mal richtig sparen. Wir haben mehr als die Hälfte runtergenommen. Solche Schnäppchen haben wir hier. Wie gesagt, denken Sie dran, wenn Sie über 50 Euro sind, kriegen Sie unser Dreier-Set von diesen praktischen Geschenkboxen mit dazu. Und es weiter geht Schlag auf Schlag. Also Trustbody-Taschen. Trustbody. Ja, also genial. Spaß zu sagen, ne? Trustbody. Und die Powerbank. Die haben wir alle schon. Alle Meldes haben. Ja, richtig. Ihr habt die neulich bestellt. Ihr habt eine ganze Palette bestellt. Von denen hatte man das Gefühl. Super praktisch. Das ist ein Akku-Handwärmer. Das heißt, den machen Sie ganz einfach per USB-Kabel an Ihr Netzteil ran und dann wärmt der Ihre Hände. Sie haben den ganz einfach in der Tasche und können dann Ihre kalten Hände... Das muss man nur noch mal sagen. Zum Aufwärmen brauchen wir kein Netzteil. Nein, aber zum Laden. Zum Laden irgendwann. Aber dann hat man es frei dabei, ohne Netzteil, ohne alles. Kann sein Handy in der Tasche laden. Also hier haben wir Ersatzstrom. Wie viel Milliampere? 4.000. Also komplett einmal durchladen und gleichzeitig hat man warme Hände. Also jetzt im Sommer, glaube ich, unverzichtbar. Im Winter. Im Winter, im Sommer. Im Sommer aber auch. Das ist mein Wunschdenken, jetzt im Sommer. Aber ich weiß, manche Damen haben auch im Sommer kalte Hände. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich richtig praktisch. Ich finde auch toll, dass man hier noch eine Powerbank mit dabei hat, weil Strom braucht, glaube ich, jeder. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt vielleicht mal auf dem Weihnachtsmarkt ist und dann geht das Handy einfach leer. Und natürlich auch noch hier diese Handwärmerfunktion. Ich finde, dass auch die Farbe sieht richtig gut aus. Silber. Das ist auch richtig schön. Das schmeichelt auch so die Hand. Das ist wirklich perfekt. Richtig toll an, ne? Hat keine Ecken oder Kanten, also wirklich perfekt. Und drei Temperaturstufen und das stimmt richtig. Wir Mädels, wir haben das alle schon. Und ich benutze das täglich, wenn ich mit meinem Hund rausgehe, weil auch da ist es immer sehr kalt. Ja, ich sehe gerade 40, 50, 60 Grad. Also da hast du richtig was Wärmendes in der Hosentasche. Und selbst, wenn man mal die Hände aus der Tasche nimmt, ja, bleibt die Hose warm. Also das ist auch toll. Ihr liebt die Produkte, Sie werden es auch lieben. Und wenn Sie so eine Frostbeule, wenn ich sage mal jemand ein bisschen empfindlicher, so möchte ich es ausdrücken, in der Familie, in der Bekanntschaft haben, schenken Sie ihm das. Auch Arbeitskolleginnen werden das dankbar entgegennehmen. Und so Kleinigkeiten, so kleine Geschenke erhalten ja die Freundschaft, sagt man oftmals. Und ich glaube, das ist mal wieder was ganz Ausgefallenes. Ja, auf jeden Fall. Die Bestellnummer für unsere 2 in 1 Powerbank mit Handwärmer mit 4000 Milliampere Stufen in diesem schicken Silber. Bestellen Sie gerne mit der ZX 64, 64 und der 569 hier und heute für nur 5 Euro. Also sollten Sie auf jeden Fall diese Gelegenheit nutzen. Sie haben hier übrigens auch noch eine Ladestandsanzeige, also wissen Sie auch mal, wie voll Ihre Powerbank ist oder eben wie leer. Also besser geht es gar nicht und vielleicht auch eine super Geschenkidee. Ja, gerade für Leute, die viel draußen sind, wie Ihr Paketbote, denken Sie mal drüber nach. Ganz, ganz tolles Geschenk hier wieder für kleines Geld. Natürlich am besten gleich 2 bestellen, damit Sie rechte und linke Hand werben können. Und Sie denken bitte daran, am Ende dieser Sendung haben wir ein Produkt, welches nochmal im Preis halbiert ist. Egal, was da kommt, es wird nur 2,50 Euro kosten. Jetzt haben wir auch etwas ganz Interessantes für Naturfreunde. Es ist ein Echtholz-Nistkasten, aber ein Bausatz. Das heißt, den baut man selber. Sogar 6 Farben sind dabei, man kann es sogar bemalen. Und sowas finde ich eigentlich auch schön, dass wir im Garten aufhängen und vor allem selber gemacht, also vielleicht auch mit den Kindern, mit den Enkeln, mal selber zusammen zimmern, nenne ich es jetzt mal. Ist zimmern. Das ist zimmern, ja? Das ist zimmern, aber ein Nagel ist zimmern. Also das ist ein Riesenfrasch. Ich habe den auch schon zusammengebaut. Das Haus, das hat, mich hat es, glaube ich, 10, 15 Minuten gedauert. Alles Material ist dabei, Kleber und Nägel. Damit kann man dann den Vögeln ein Zuhause bieten hier. Ein Vogelhaus. Und dann kann man sich hier, gerade wenn man das mit Kindern zusammen macht, eine Riesenfreude, wenn man dann sieht, wie im Frühjahr die ersten Vogelfamilien hier einziehen. Und man kann es bemalen als Villa-Kunterbund oder so, wie wir gerade gesehen haben, nur mit einem roten Rahmen. Sechs Farben sind dabei. Grau-Hotel-Diana. Ja, genau. R.B. aus Schöffengrund bringt es auf den Punkt. Er schreibt uns nämlich, die Vögel werden sich freuen. Und B.S. aus Gelsenkirchen. Alles dabei, was man für ein Vogelhaus braucht. Und T.G. aus Mahl kann man sehr gut mit Kindern ab sechs Jahren. Bei mir sind es die eigenen Enkel. Bei schlechtem Wetter zusammenbauen und ist auch wegen des Bezugs zur Umweltthematik. pädagogisch sehr sinnvoll. Okay, vielen Dank für diese Zuschrift. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, wenn man die Vögel im eigenen Garten beobachten kann. Man kann das auch noch farbig anmalen. Man hat noch Farbe mit dabei. Sechs verschiedene Farben sind dabei. Alles für fünf Euro. Das ist wirklich Wahnsinn. Wie würdest du anmalen? Streifen oder einfarbig? Schwarz. Oder Rand oder Muster? Schwarz, ne? Ich würde Herzchen draufmalen. Dann würde ich eine Sonne malen. Ein paar Wolken. Es ist ja alles dabei. Rot, Gelb für die Sonne. Alles mit dabei. Und das ist also wirklich ein Nistkasten. Und nochmal, ich möchte es betonen, aus Echtholz. Und das ist nicht selbstverständlich heutzutage, weil Sie wissen selber, wo die Holzpreise sind, wie teuer Echtholz, Spielzeug oder Sachen allgemein sind. Und deshalb umso verwunderlicher, dass wir diesen Nistkasten für fünf Euro anbieten können. Hier sehen wir es ein bisschen bunter. Und die Bestellnummer ist die NX 7502 und die 569. Und wie gesagt, sechs Farben sind mit dabei. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Machen wir mal den WLAN-Kunterbund. Kennst du die WLAN-Kunterbund? Ja, natürlich, die WLAN-Kunterbund. Oh, okay. Das ist also durch die Generation. Ja, das liegt in meiner Kindheit. Ja, das liegt in meiner Kindheit. Durch die ganze... Mit dem Herrn Nilsson. Der Herr Nilsson, ja. Ich mochte die Annika immer so gern. So, so, so. Und wir machen weiter mit dem nächsten Foto. Habe ich das jetzt im Fernsehen gesagt? Um Gottes Willen. Wie hieß das Pferd? Großer Onkel. Der große Onkel war das Pferd. Nilsson war der Affe. Ja. Okay, so. Oh, jetzt haben wir einen riesen Speicher für 5 Euro. Uh, 64 Gigabyte. Das ist wirklich fantastisch. Wir haben einen Speicherstick. Und ich kann hier sagen, Ingo hat davon, glaube ich, überall welche. Immer in Griffweite. Das ist aber auch clever und praktisch, weil man hier alles drauf abspeichern kann. Egal, ob es Fotos sind vom Handy. Und da kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, die immer rüberzuziehen. Auf den Laptop oder vielleicht auch einfach mal, um Dokumente zu speichern. Weil auch wenn der Laptop oder so mal kaputt geht, dann sind die weg. Also man braucht ja USB-Sticks heutzutage für viele Sachen eben zur Datenübertragung. Für Musik, für Filme, für alles Mögliche. Aber jetzt müssen wir über den Preis sprechen. 64 Gigabyte. Das ist die Größe. Für 5 Euro halte ich für einzigartig. Wir haben im regulären Programm ein anderes Speichermedium. Das ist eine SD-Karte, klar. Mit 32 Gigabyte kostet 8,70 Euro oder so. Und da denke ich immer schon, das ist super günstig. Jetzt haben wir hier die doppelte Speichermenge und den Preis 5 Euro. Also da bitte gerne mehrfach zugreifen. Sie werden es selber wissen, im täglichen Bedarf braucht man immer wieder USB-Sticks. Und wie viele hast du von denen rumfahren, Ingo? Du hast wirklich viele, oder? Also ich glaube 10, 15 mindestens. Ich habe bei mir am Schreibtisch natürlich welche. Ich habe in der Laptop-Tasche, im Auto, in der Jackentasche zu Hause jede Menge. Einfach, weil man die immer wieder braucht. Wenn man mal irgendwie ein Dokument woanders ausdrucken will. Weil man selber nicht so einen tollen Drucker hat, geht man lieber in den Copyshop. Bei wichtigen Dokumenten mache ich das manchmal. Nehme ich die einfach auf den Stick, nehme die mit. Wenn ich Fotos in einem Drogeriemarkt ausdrucken will, nehme ich die auf den Stick, druck die dann im Drogeriemarkt aus. Für Backups natürlich. Meine wichtigsten Dokumente sind auf einem USB-Stick. Und zwar nicht auf einem, sondern auf dreien. Weil, wenn man das einmal macht, dann hat man nur eine Kopie. Das ist noch keine Sicherung. Wenn das weg ist, ist es weg. Und das wäre sehr, sehr tragisch. 64 GB Markenqualität von P&Y hier. In diesem unglaublichen Preis hier. Für 5 Euro können Sie, also wirklich, da würde ich auch gleich 5 Mal zuschlagen. Auch wenn Sie vielleicht Fotos mal in großen Mengen verschicken wollen, geht das per E-Mail nicht. Hiermit kann man den ganz einfach in den Briefumschlag stecken und wegschicken. Die Bestellnummer ist die ZX4037 und die 569. Kann ich wirklich nur empfehlen, hier das komplette Kontingent zu holen. Weil, ich habe noch, man hat immer zu wenig USB-Sticks. Und dann hat man die nicht in der richtigen Größe. Hier 64 GB ist wirklich super groß. Der Gedanken von den Backups, von den Sicherheitskopien, den habe ich für ganz, ganz wichtig. Ich habe das einmal in meinem Leben mitgebracht, dass eine Bachelorarbeit auf einer Festplatte verraucht ist, weil der Rechner abgestürzt ist. Und das war dann super ärgerlich für die betreffende Person, weil eigentlich war die ganze Arbeit... Man denkt immer, das hält ewig, aber auch Festplatten haben eine begrenzte Lebensdauer. Das kann ja alles mal kaputt gehen, klar. Und es geht immer noch weiter. Also Elektronik hat man jetzt auch im weitesten Sinne des Wortes. Dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Oh, ich darf wieder vorlesen. Ah, wir haben einen Multi-Batterie-Tester. Ah, das ist ja auch ganz interessant. Super praktisch. Gerade jetzt zu Weihnachten, ne? So, jetzt muss ich mal schauen. Da ist Plus, da ist Minus. Das ist eine Typ Doppel-A. Die müsste also hier hinkommen. Da ist Doppel-A. Da ist Doppel-A, jetzt habe ich es. So, oh, und das ist eine schöne grafische Darstellung. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Fernsehen rüberkommt. Aber hier sehen wir die Skalierung. Diese Batterie ist randvoll. Das sehen wir hier. Also wirklich nicht nur, sehen Sie das? Achten Sie mal auf die schwarze Skalierung. Und vor allem, man sieht dann auch, nicht nur ist voll oder leer, sondern du siehst hier wirklich, wie viel noch drin ist. Achtung, ich nehme sie mal raus. Ich hoffe, dann sieht man den Unterschied. Jetzt ist die Skalierung weg. Und dementsprechend ist diese randvoll, diese Doppel-A-Batterie. Aber ich sehe gerade, man kann hier, also Typ N, die kenne ich jetzt gar nicht, Triple-A, Doppel-A, Typ D kann man machen, Typ C ebenfalls. Also LR44, jetzt weiß ich gar nicht, sind das Knopfzellen. Und 9-Volt-Blöcke geht mit Sicherheit auch irgendwo, oder? Ja, ganz genau. Also alle gängigen Batterien können Sie hier testen. Warum ich gerade zur Weihnachtszeit erwähnt habe, viele, viele Geschenke brauchen Batterien. Und wenn Sie dann in Ihrem Batterieschublade mal nachgucken und sehen wollen, ob ich überhaupt die Batterien habe, brauchen Sie Batterietester. Kein Mensch weiß, wie voll die Batterien sind bei sich in der Schublade, wie lange die da schon liegen oder ob da vielleicht auch eine durchgerutscht ist, die man aus Versehen da leer reingetan hat. Unglaublich praktisch. Diese Batterietester sind eben normalerweise auch teurer. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Oftmals weiß man nicht, ist jetzt die Batterie leer oder ist das Gerät kaputt? Und dann probiert man rum. Und also hier kann man sicher gehen, dass die Batterie leer ist. Weil wenn die Batterie voll ist und das Gerät funktioniert nicht, hat man irgendwo ein anderes Problem. Also das kann auch andere Sachen ausschließen. Ein Batterietester für 5 Euro, ich glaube, den kann wirklich jeder Haushalt gebrauchen. Ganz wichtig übrigens im Modellbau, wo du oftmals auch mit kleinen Akkus arbeitest, die kannst du hier auch messen. Ja, sicher, das geht auch für Akkus natürlich. Und da kann man das natürlich auch alles durchkontrollieren, hat man die vollen Batterien oder Akkus eben eingepackt. Also ZX 7449 ist die Bestellnummer hier für unseren Batterietester mit digitaler Anzeige, wie voll die Batterien noch sind. Hier sehen wir das mal, da haben wir auch eine volle Batterie rein. Und da ist, glaube ich, sogar ein Akku jetzt drin. Das sind, glaube ich, unsere grünen Akkus, die wir haben. Ganz, ganz toll hier. Sollte man einfach mit in seine Schublade legen, wo die ganzen Batterien sind, dann hat man auch immer Batterien, wenn man sie mal braucht hier. Für alle gängigen Größen, wir haben es gesagt, Tripler, Doppler, CD, alles dabei hier, sogar Knopfzellen. Toll, ne? Also auch wirklich ein Mega-Schnäppchen. Ja, ja, normalerweise gibt es die, die haben dann nur die normalen Batterien, aber hier sogar Knopfzellen und N, was immer das ist. Und wir machen weiter. Wir kommen langsam, aber sicher Richtung Ende dieser Sendung. Freuen Sie sich drauf, weil irgendein Produkt kommt, dann das nur 2,50 Euro kostet. Und wir werden auch die Geschenkpakete noch einblenden, die Sie bei einem Bestellwert von mindestens 50 Euro kostenlos mit dazu bestellen können. So, jetzt haben wir hier Ladekabel, und zwar in zwei Längen, 30 und 60 Zentimeter. Jetzt eingeblendet für Sie ist das Ladekabel mit 30 Zentimeter. Aber das ist ein besonderes, ein 3-in-1-Schnellladekabel. Diana, du hast das im Auto, weiß ich zufällig. Richtig, ich habe diesen Kabel im Auto, ich nutze ihn schon fast 4 Jahre, kann ich sagen. Das ist echte Qualität. Das ist langlebig, muss ich sagen. Ja, weil bei mir lebt nicht alle so lang. Aber dieses Kabel ist wirklich schön. Ich finde es sehr, sehr toll auch, dass Sie können 3 Geräte gleichzeitig auch laden. Und hier, wir haben zum Beispiel, ich nutze mein Lightning für mein iPhone, dann habe ich Typ C für mein Kopfhörer und die anderen Typ A. Mikro-USB. Mikro-USB. Ich nutze auch für mein elektronischer Buch. Dann E-Book wieder, ja, du ausmachst Mikro-USB. Und USB A ist natürlich auf der anderen Seite, das kommt dann ins Netzteil rein. Aber das ist klasse, einmal 30 Zentimeter, einmal 60 Zentimeter lang, je nachdem, was Sie bevorzugen. Aber du hast es angesprochen, Ingo, lange Lebenszeit durch die Textilummantelung. Genau, durch die Textilummantelung und eben auch am Stecker selber. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, da ist so ein kleiner schwarzer Kunststoffring da eben noch bei, dass da eben auch keine Kabel brechen. Das ist ganz oft, dass die Kabel genau da am Stecker eben brechen und dann können Sie das Kabel wegschmeißen. Was Sie natürlich auch machen können damit und auch machen sollten, ist Ihre Fotos von Ihrem Handy sichern. Das ist nämlich gleichzeitig noch ein Datenkabel und ein Foto auf dem Handy. Wenn das Handy weg ist, ist das Foto auch weg, außer Sie haben es gesichert. Denken Sie mal drüber nach. Und die Qualität ist wirklich unglaublich von denen hier. Ich finde, sowas auch schön, wenn man einen Besuch bekommt und die betreffenden Besucher haben ein anderes Handysystem als man selber. Dann hat man auch ein anderes Ladekabel und es kann ja immer mal die Energie fehlen. Hier hat man immer das richtige Ladekabel, weil diese drei Anschlüsse decken alle in Deutschland verkauften Handys ab. Weil es gibt im Moment nur diese drei Ladeanschlüsse. Ich sage Ihnen jetzt beide Bestellnummern. Das kürzere, was wir vorhin eingeblendet hatten, hat die PX2458 und die 569 und das längere, das jetzt in der Grafik zu sehen ist mit 60 Zentimetern Länge, hat die Bestellnummer PX2459 und die 569. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, sowas braucht man immer. Ich glaube, es ist Ihnen auch schon mal so gegangen, dass irgendjemand sagt, hast du mir mein Ladekabel und mein Handy? Ja, ja. Und dann hat man zwar ein Ladekabel, das passt beim anderen Handy nicht, weil der ein iPhone hat, man selber hat ein Android-Gerät oder umgekehrt. Und dann muss ich schnell heim, ich muss mein Ladegerät holen. Also, wenn Sie wollen, dass Monika zu Besuch bleibt, brauchen Sie das Kabel. Was habt ihr jetzt mal wieder? Ich habe kein Ladekabel. Sie haben gerade gesagt, wenn man Moni loswerden will, sagt man einfach, ich habe kein Kabel. Achso, ich habe kein Strom. Ja, dann erfällt es doch. Moni ohne Handy. Sehr, sehr, sehr robust, diese Kabel. Und wie gesagt, Sie können alles damit anschließen. Ja, und da sehen wir beide Bestellnummern nochmal. Das obere sind die 30 Zentimeter, das untere die 60 Zentimeter. Also, die Qualität ist jeweils hervorragend. Und natürlich auch alle drei Anschlüsse, die man gleichzeitig benutzen kann. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da muss man nicht drei verschiedene Netzteile irgendwo in Steckdosen stecken. Sie sollten nur schauen, dass das Netzteil leistungsstark ist. Vielleicht auch für den Autobereich, so wie Diana das macht. Weil im Auto sind solche Kabel auch immer großen Belastungen unterworfen. Und wenn ich mich nicht irre, kann es sein, sind wir schon, hau mal drauf, kommen. Wir sind, glaube ich, beim letzten Produkt. Jetzt, egal was da rauskommt, 2,50 Euro. Jetzt bin ich mal gespannt. Das hat jeder jetzt. Moment, sch. Mach nicht auf. Mach nicht auf. Was hat jeder jetzt? Das hat jeder. Eine Mütze. Ja. Eine Mütze, echt? Aber wir haben noch eine ganz besondere Mütze. Es stimmt wirklich, wir haben eine Nikolaus-Mütze, aber mit einem beleuchteten Bommel. Jetzt müssen wir mal schauen. Da muss irgendwo ein Schalter dran sein. Wir haben auch einen schönen Zuspieler dafür. Jetzt schauen wir mal. Also der Bommel auch, der oben blinkt. Jetzt sehe ich es. Und bei uns ist es natürlich noch ein bisschen hell. Du hast auch so einen blinkenden. Ja, guck mal. Ja, guck mal. In verschiedenen Farben. Da sehen wir es. Wow. Das ist natürlich ein Highlight für 2,50 Euro. Und auch hier bei dieser Weihnachtsmann-Mütze, Weihnachtsfrau-Mütze, dürfen Sie bis zu fünfmal zugreifen. Und es steht ein Mega-Gag für den Weihnachtsmarktbesuch. Da schreibt uns nämlich Greta aus Hennef. Und Simon schreibt uns, ich habe die Nikolaus-Mützen zu einer Heiligmittag-Feier mit Freunden am 24.12. als Willkommensgeschenk verteilt, um zur weihnachtlichen Stimmung beizutragen. Also auch das eine tolle Idee. Monika lacht, also mein Tanz in Zuspieler. Monika findet die lustig, die Wütze, glaube ich. Ja, du, und mit jedem Glühwein werden die noch lustiger. Aber du fällst auf auf den Weihnachtsmarkt, wenn du so ein bisschen blinkst. Ja, natürlich. Guck mal. Und das ist mein bekannter Tanz. Das ist dein Weihnachtstanz. Alle müssen so Tick-Tick-Drehen jetzt. Ich finde das toll. Ich finde die richtig klasse. Du, die Weihnachtsmärkte gehen ja teilweise bis in den Januar dieses Jahr. Das heißt, man hat da noch langen Nützen. Wenn man es über die Ohren zieht, hat man auch noch warme Ohren. Und da sehen wir das. Also mit dem Weißblinkenden hier. Ich glaube, da findet man auch seine Freunde auf dem Weihnachtsmarkt einfacher. Habt ihr es euch auch schon mal passiert? Riesen Getümmel. Ja. Und du findest die Leute, mit denen du eigentlich verabredet bist, nicht mehr. Da erkennt man sich gleich. Also ich finde das klasse. Ihr seid alle sprachlos? Ja. Wir sind alle sprachlos hier. Ich bin beschäftigt. So eine tolle Mütze hier. Und jetzt alle zusammen meinen Tanz. Ein, zwei, mit linker Hand. Linker Hand? Ja. Und eins. Alle. Was für ein Tanz. Die sind so langweilig. Da brauchen wir doch nur Musik. Jetzt dachte ich schon, du singst, du könntest uns doch jetzt mit dem blinkenden Weihnachtsmütze ein Nikolaus-Gedicht vortragen, Diana. Na, schau. Die sind doof. Da wäre ich begeistert. Aber Sie sind mit Sicherheit genauso begeistert von den Mützen wie wir. Deshalb sage ich Ihnen ganz schnell die Bestellnummer. Das ist die NC 89 52 und die 569. Bevor wir ganz zum Ende kommen, achten Sie bitte gleich auf die folgende Einblendung. Da haben wir nochmal unsere Dreier-Set hier Verpackungsboxen eingeblendet. Und wenn Sie jetzt in dieser Sendung auf einen Warenwert von 50 Euro kamen, dann dürfen Sie die kostenlos mit dazu bestellen. Meine Herren, eine unglaubliche Erleichterung, wenn es darum geht, Geschenke zu verpacken, weil die sind eigentlich schon fertig, Geschenke reinzu und die Verpackung ist da. Also das dürfen Sie, da sehen wir das Dreier-Set nochmal, wunderschön diese Boxen mit dazu bestellen für 0 Euro. So, das war jetzt wirklich unsere 5 Euro Megashow. Ja, ein Reset-Spaße. Die Weihnachtsmütze fand ich schon mal klasse. Die waren richtig klasse. Auch das Tanzen dazu, ihr habt was verpasst. Ja, ihr habt toll getanzt mit Ben und Sie sind vielleicht auch bald im Tanzverein, aber auf jeden Fall bleiben Sie bei uns, denn es geht jetzt auch wieder spannend weiter.